Einen wunderschönen guten Tag bei Sekiro. So, wir sind nochmal ein bisschen rumgereist am Ende der letzten Folge und wir werden jetzt mal hier... Äh... Mh... Nee, ja, okay doch. Ach, nee, ach, keine Ahnung, was kann ich denn hier eigentlich nochmal machen? Nix, okay. Ja dann, ist geil, ne? Ich möchte gerne die Typen an der Treppe besiegen. Wir gehen erstmal hier dann. So. Ha, geil. Geilo. Was blöd ist, dass die mich sehen. Aber man könnte vielleicht... Ist hier einer? Ne. Ah, der hat aber zwei Leben, ne? Der hat nicht nur eins. Keramik-Splitter. Die bringen mir zwar irgendwie nie was, also nicht das, was ich gerne möchte. Er hat leider zwei Leben. Aber jetzt säuft er sich wieder erstmal, ne? Okay. Das Blöde ist, das muss man tatsächlich sagen, wenn ich jetzt hier runtergehe. Und selbst es schnell schaffe, zu ihm zu kommen. Ich probier's einfach. Ich hab noch ein paar andere, die ich töten muss. Jo, 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 jo. Ist cool, ist cool, ist cool, ist cool. Waren versehen. Hey, wollte ich gar nicht. Oh, okay, dann nicht. Lol, da hinten ist auch noch einer. Das hat sich jetzt ein bisschen ärgerlich gelaufen, sag ich mal. Ho, weg hier. Lol. Ne, oh, scheiße, da kommt er von hinten an. Das ist nämlich das Problem, Alter, wenn er kommt. Ich block da, Junge. Na, mit dir los. Oh. Ja, 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 ja. Uff. Oh Gott, da kann ich nix machen. Das ist zu krass. Oh. Scheiße. Oh, man. Warte, ich muss erst mal alles holen. Übernatürlicher Staubsauger aktiviert. Ah, mein Schlag mal. Oh Gott, ja, oder auch gar kein Schlag. Alter, hier ist ne Wand, Junge. Ja, okay. Ist ihm auch scheißegal, dass da ne Wand ist, wie ich sehe. Gut. Ahn. Blöden Otzen, ey. Mann, deine scheiß Kacke hier mit der Feuleszenz. Wir kriegen so ein Amulett. Damit ich die ein bisschen wegmachen kann. Sieht doch gut aus. Guck mal. Besser aus als vorher. Ist doch halt easy. Sieht doch mal. Nein. 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 Man. Halt die Schnauze da unten jetzt. Toll Ja Mann Alter Gerade hat mega gut geklappt Und jetzt klappt es überhaupt nicht mehr hier die Scheiße So geht doch Ich will ihn wieder töten Junge Ah Nee Ah das ist so nervtötend einfach Ich will ihn schnell wieder hoch irgendwie Weg Nö irgendwie nicht scheiße Jo ok ich bin tot Hoi Weg hier Oh Gott ey Ja ey das ist so doof Ne mit diesen Ja das hat nicht so einfach ne Dadurch Ich also Naja Die Frage Wie guckt man das nur am elegantesten hin So machen Ja So Jetzt komme ich aber nicht da nach oben Scheiße Ähm Äh Ciao Okay Dann nicht Was ist er eigentlich für ein Typ ey Das ist auch niemand ne Alter willst du mich verarschen Als ob du mich von da hinten Natürlich trifft er mich von da hinten Komm schon ey Deine Mutter Ach jetzt wissen die auch Dass ich da bin Komm Leute Das ist einfach viel Okay Wie der lebt noch Doch deine Mutter Alter Ach komm Hör auf mit deinem scheiß Dricks Gepisse da Hier Scheiße Ist nicht tot Doof Okay Jetzt ist er tot Weee Ich hab eine Idee Ich geh mal eben weg Ciao Er kann mir nämlich nicht Daher kommen Oder doof Ist Und now Muss ich nur warten Ich weiß es Ist zwar nicht woher Ist aber Ist ok Der würde ja schon irgendwo sein Der Bursche Wo ist er Da Ich hoffe Irgendwann Lässt das nah Ich kann mich Anschleichen Dann hab ich die alle weg Nur noch ihn Bam Okay Jetzt hat er glaube ich Keinen Bock mehr Und denkt sich Hä Was ist denn hier passiert Die sind zwar alle tot Aber ich glaube Das war schon vorher so Ja ok Guck einfach nicht auf ihn Ist auch gut Ja gut Blocken müssen wir auch nicht Blocken ist ja auch Quatsch Ok Ja blocken ist Blocken ist Für voll Ist Ist ok Brauchen wir nicht Blocken Brauchen wir nicht Ist cool Die Scheiße ist halt Und das ist wirklich doof Das ist halt echt scheiße Ist ja nicht so einfach alles Alter Junge Oh du gehst mir so auf den Fick ey Ganz ehrlich Ja als ob die mich treffen Mann Ach scheiße Tot Das dumme ist es bringt mir Eigentlich nichts Ihn erst anzugreifen Weil dann hast du ja Immer noch die ganzen Anderen Bringt mir halt Wirklich null Obwohl Wie viel Geld habe ich 55 Ok Warte mal Wir machen mal ganz kurz Was anderes Wir gehen nochmal kurz zurück Wir holen uns mal ein paar Geist Embleme Oh das macht Schaden Dann ist ja doof Wir holen uns mal Geist Embleme Denn Die setze ich jetzt alle ein Da Kauft Glücksmünze Habe ich noch übrig Geil Vielleicht kann ich die so Natürlich einfacher besiegen Ne Ja Okay Cool Alter springen oder hoch Du Lutscher So Oh shit Oh fuck Huh Hä Loll Scheiße Jörg Jörg Teh Oh, Mann, ey, warum kommt denn noch da... Okay, ich lass den jetzt auch einfach sein, gut. Ich weiß doch gar nicht, ob man hier weiterkommt, ehrlich gesagt. Ich hätte eine andere Idee, warte mal, ich probiere jetzt was aus. Kann ich nicht rein theoretisch versuchen, da einfach... Also kann man da überhaupt durch das Tor durch, das sollte ich vielleicht erst mal klären. Ja, da ist eine Kiste, aber kann ich nicht auch einfach so an die Kiste ran? Ohne ihn zu bekämpfen? Ich verstehe auch nicht, warum hat denn der eigentlich so viel Life, Alter. Ohne ihn, ohne den weiß ich, Alter. so einmal kurz hier hoch habe ich alles holen wo ist er hin wo sagt scheiße hat er alle abgewehrt kacke er ist ein guter boi mach auf wo raus los wörtliches gras junge weg hier aber wir müssen ihn weg locken ich gehe einfach gleich durch die tür um ihn zu bekämpfen ich bin nämlich smart den smarty mech smartface scheiße warte mal blöder pisser scheiße kaffee ich gehe okay nö nö ja richtig Oh, scheiße, da kommt einer runter. Ne, doch noch. Na doch? Ja, lässt sich irgendwie einrichten, wa? Also, hier ist schon mal nix. Oh, scheiße. Oh, nee, schon wieder welche, die schießen, ist doch kacke. Kann ich das nicht blocken? Ist doch blöd. Alter, Junge. Warum kann ich den hier nicht zur Seite? Ist doch doof. Noch nie. Ich fühle sie nicht her. Keine Angst, alles gut. Warte, da ist er. Wo ist denn der andere? Ach, da ist der Sperr-Henny. So. So. Mann, 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 da. Bye, bye. Schön. Jetzt schiebt er noch oben. Man muss ja mal gucken dürfen, ne? Er ist da echt noch oben, Alter. Schleichen. Komm, ich ne auch. Ich glaube, von hier. Das sieht mir sehr gut aus. Na, tschüss. Komischer Eulentyp, du. Ja, schön. Schön, 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 schön. Sehr gut. Aber wir gehen mal weiter gucken, was da hinten so noch ist, ne? Oh, da steht ja auch noch einer. Na, warte mal, dann machen wir das so kurz anders. Gehen wir hier hoch. Und da hoch. Was? Oh Gott. Hab ich noch einer gesehen? So, da ist ein, äh... Schnubi. Da sind's... Ne, das sind ja keine Schnubis. Das sind Samurais. Naja, ich denke mal, irgendwo hier werden schon wieder welche sein, ne? Das ist kein Problem. Okay, er ist halt ein... Er ist ein sehr aufmerksamer Guard, ne? Der hat alles mitgekriegt. Er war ja... Also ihm entgeht gar nichts. Ist auch gut. Es muss auch so ne Leute geben. Die einfach richtig krass drauf sind. Äh, achso. Bin ich wieder hier. Ja, der Gegner da oben. Ach, Mensch. Hallo. Ach, das ist wieder die Alte. Ah, die alle getötet waren? Da kann ich ja nochmal zu ihm zurückgehen und sagen, yo, bro, alle tot. Ich glaub, die sind alle tot. Tatsächlich. Das hat nicht so klug... Alles gut. Mein Sturz wurde abgefangen. Ja, Nachtschweibensignal, Memo, Junge. Ein Notiz von Rauchsignalen der Ashina Shinobi, den grauen Nachtschweiben. Blasse, rosa Rauchsignale werden auf den Dächern der Ashina Burg platziert. Das sind die Signale der Nachtschweiben. Vermutlich kann nur der Schwarm mit den aschenden Federn diese Spur folgen. Okay. Alles klar. Danke. Das war nett. Ja, cool. Und jetzt? Wie komm ich jetzt hier weiter? Was muss ich tun? Wie komm... Ne, hier bin ich tot. Okay. Das wäre jetzt ein bisschen ungünstig. Da. Ich befürchte ja, ich muss den tatsächlich töten, den Dude, ne? Aber da habe ich irgendwie tatsächlich gar keinen Bock drauf. Aber ich glaube, dem Spiel ist es scheißegal, ob ich da Bock drauf habe oder nicht. Ich muss ihn töten jetzt. Pow. Oh, weg. Oh, scheiße. Das war dumm. Oh, Gott. Genau so weitermachen. Ich darf nur nicht getroffen werden. Yes. Geht doch aggressiv, jemand. Ich sag's doch. Danke. Da kann man immer noch nicht öffnen. Scheiße, wie komm ich denn jetzt weiter hier? No one knows. Doch, warte mal. Kann ich nicht hier einfach... Warte mal. Jetzt wollen wir mal hier gucken, ne? Kommen wir noch nicht hier so weiter? Wollen wir mal gucken. Würde ich sagen. Äh. Hallo? Hallo? Hä, manchmal, ne? So wie du irgendwo hinkommst, auch ein bisschen komisch. Na ja. Gut. Aber ich glaub tatsächlich, ich komm hier nicht weiter. Würde nämlich zu weit weg sein. Ach, nö. Ich bin gleich tot. Und zwar richtig tot, Alter. Oh, hier sind zwei von euch. Ah, wobei, ich kann nochmal auferstehen. Es ist vielleicht ein Fort... Das heißt für mich. Okay, okay, okay. Glück gehabt. Nee, hör auf damit. Arsch. Nein. Nein, da drüben ist noch was. Da muss ich ja nochmal rüber gehen. Geht ja nicht anders. Das will ich natürlich haben. Ja, das sind nämlich meine Kügelchen. Stand mein Name drauf. Hab ich gesehen. Meine Phrase, du. Das ist ja alles. Ja. Drachen steigen leicht gemacht, ne? Ich seh's, komm, hier sind noch welche irgendwo. Also mit Sicherheit sind hier welche. Scheiße. Okay, da drüben ist auf jeden Fall einer. Nee, da kommt noch einer. Oh, Junge, was ist denn mit ihm los, Alter? Oh, Junge. Ja, das Problem ist zwei Stück. Was soll ich gegen zwei Stück machen, ja? Nichts richtig. Aber gut, dann weiß ich ja, wo es weitergeht. Und zwar gegen die. Über die Dächer. Ach, Chinas. Da sind wir aber erst in der nächsten Folge. Du bist noch ein bisschen, hau rein, wa? Machen wir die kaputt. Läuft. Du bist noch ein bisschen, hau rein, wa? Du bist noch ein bisschen, hau rein, wa? Du bist noch ein bisschen, hau rein, wa? Vielen Dank.